Einen wunderschönen guten... Jetzt hätte ich fast guten Abend gesagt, oh mein Gott, ist das peinlich. Guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxes. Liebe FIFA-Fans, das aktuellste Update für FIFA 18 ist jetzt verfügbar. Dieses Update enthält die folgenden Änderungen, die vorgenommen wurden, da einige Spieler eine unbeabsichtigte Spielmechanik genutzt haben, um den Computer bei Foot-Squad-Battles mit höheren Schwierigkeitsgraden zu schlagen. Folgende Gameplay-Änderungen wurden vorgenommen. Die Möglichkeit, dass ein von der CPU-KI gesteuerter Spieler eine zweite gelbe Karte erhält, wenn er versucht, einen Gegner zu stoßen oder an ihm zu zerren, wurde entfernt. Davon ausgenommen sind Stürmer, die bis zum Tor vorgetrunken sind und sich in einer 1-gegen-1-Situation mit dem Torhidor befinden. Diese Änderung hat keine Auswirkung auf Spieler, die von Menschen gesteuert werden. Diese Änderung genauer zu erklären möchten, wie wir euch ein paar Zusatzinformationen darüber geben, wie das CPU-Team spielt. Die CPU spielt das Spiel mit denselben Eingabebeschränkungen wie ein menschlicher Spieler. Das bedeutet, dass auch die CPU jeweils über einen aktiven Spieler verfügt. Diesen nennen wir den von der CPU-KI gesteuerten Spieler. Einen von der CPU-KI gesteuerten Spieler gibt es unter folgenden Umständen. In einem Team ohne menschliche Spieler, dazu gehört etwa das von der CPU-gesteuerte Team in Squad Battles. In einem Team mit menschlichen Spielern, die alle mit festen Spielern verknüpft sind und in dem es auch CPU-gesteuerte Teamkollegen gibt. Das ist etwa in einer Pro Club Team mit weniger als 11 menschlichen Spielern der Fall, von denen keiner mit beliebigen Spielern spielt. Unter folgenden Umständen gibt es keine von der CPU-KI gesteuerten Spielern. In einem Team mit menschlichen Spielern, die nicht mit festen Spielern verknüpft sind, dazu gehört etwa bla 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 bla, alles klar. Okay, kein relevantes Update für uns, weil wir keine Squad Battles spielen. Wir machen jetzt unsere Belohnungen auf! Gold 1, meine Freunde, und es wird langsam Zeit, dass wir geilen Scheiß aus den Packs ziehen. Ihr seht, ich habe ein paar Kohlen, ich habe etwas verkauft, 195.000 Coins, weil es gibt zwei Spieler, die brauche ich! Aus der letzten Team of the Week, aus der letzten Team of the Week, und die werde ich mir aber wahrscheinlich erst morgen holen. Jetzt ist noch Donnerstag, ich werde dann wieder das ranschneiden an die Folge, wo wir zocken am Freitag, wo wir dann Weekend League Spiele machen. Jetzt haben wir nochmal 35.000 dazu, jetzt haben wir 160.000 und ich kann mir die Spieler leisten, aber ich kaufe sie mir erst morgen, weil ich denke, die sind dann billiger als jetzt. Jetzt kann auch in die Hose gehen und die sind dann teurer, aber egal, ich kann sie mir auch leisten, wenn sie teurer sind. Die kosten jeweils ungefähr 70.000 momentan, oder? Oder 80.000, egal, aber wie immer, 160.000 reichen auf jeden Fall aus. Ja, genau, wir zocken erstmal noch eine. Nee, Quatsch, wir machen jetzt die Belohnungen auf und es wird, wie gesagt, Zeit, dass wir Dicke fette... Sachen mal in den Packs haben, verdammt nochmal. Come on, baby, one time please let it rain, come on, come, come, bitte, nur einmal im Leben, bitte, ich hatte noch nie Glück, come on. Gebt mir keinen Scheiß, geht mir keinen... Wenigstens ein Leinwandspieler, wenigstens ein Leinwandspieler. Kein Leinwandspieler, vielen Dank. Wenigstens 82er, ja, den hatten wir schon mal, den Vazquez. Der ist nichts wert, ich schaue natürlich trotzdem nach. Mann, 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 Mann. Oh, Rondon haben wir auch noch. Auch der wird nichts wert sein, 18, 900, war klar. Die normalen Goldspieler packen wir alle auf die Transferliste und die gucke ich dann so nach. Ich glaube, Bundesliga ist gerade was wert, deswegen gucke ich denen mal nach. 800, 57, ja, sage ich doch, da ist ein bisschen was wert. Oh, krass, 57 war das Billigste. Also für 700 bekommen wir ihn lohnt, was halt vieles für einen 75er Goldspieler. Deswegen, besser wird es nicht werden, deswegen werde ich ihn jetzt auch dafür reinstellen. Silberspieler können immer was wert sein, die muss man eigentlich immer nachschauen. 850, sage ich doch, dann stelle ich ihn mal für 750 rein, mache ich gerne 100 weniger bei Silberspielern. Ja, sage ich doch, den hatten wir schon mal, den Vazquez, den haben wir nämlich auch schon im Verein. 900, das ist also nichts wert, dann stelle ich ihn mal rein für 750, 800. Und Tonnelli, den habe ich sogar eine Zeit lang gespielt gehabt, in der Calcio A. 900, den stellen wir auch mal rein für 800. So, und dem Pack war echt nur Scheiße drin, weil es war nicht mal ein Leinwandspieler drin. Come on, baby, let it rainwater. Komm jetzt, gebe mir wenigstens einen Leinwandspieler, ich muss ja noch nicht mal einen Walkout, ich hatte noch nie einen Walkout. Ja, Leinwandspieler, Belgier, Mittelstürmer, ich kenne mich leider nicht gut genug aus, um zu wissen, wer das ist. Geil, oh, Walkout, ach du Scheiße, ist das geil. Mein erster Walkout, ihr habt noch nicht mal einen Walkout gehabt in FIFA 17, ohne Scheiß, mein erster Walkout. Mein allererster, Mertens, und es ist doppelt geil, weil Mertens kann ich sogar im eigenen Team spielen. Mertens ist der nervigste Kackspieler, den ich jemals als Gegner hatte, das heißt, den werde ich auf jeden Fall im eigenen Team testen. Mir scheint natürlich Spaß, weshalb trotzdem mal nach, was er wert ist. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, an welcher Position ich ihn spielen möchte. Ich meine, klar, Stürmer wird es Sinn machen, ist er noch besser als Icardi? Wahrscheinlich, also der hat sich so, also der ist als Gegner, wenn ich den, wenn ich den gegnerischen Team habe, ist das mein Hassspieler Nummer 1. Den werde ich wahrscheinlich als Stürmer testen, Prosovic macht einen guten Job. Wenn er als Stürmer nicht funktioniert, kann ich ihn als ZOM testen, aber ich werde ihn, denke ich, erst mal als Stürmer testen, auch wenn Second Info mit Icardi Spaß macht. Ich will aber erst vermissen, dass er wert ist. Guckt euch das an, Freunde, guckt euch das an, Alter, ist das geil. Der ist mindestens 100.000 wert, so krass, so unglaublich krass. Ja, der ist mindestens 100.000 wert, sogar 110.000 wert. Sehr geil. Ich werde ihn erst mal testen, ich werde ihn aber nicht so lange testen. Das heißt, wenn ich merke, dass er nicht besser ist als Icardi, werde ich ihn auf jeden Fall verkaufen, weil die 100.000 können wir dann besser investieren. Aber ich werde ihn auf jeden Fall erst mal als Stürmer testen. Wenn er da nicht deutlich besser als Icardi performt, werde ich ihn als ZOM testen. Wenn er da nicht deutlich besser als Brozovic performt, dann werde ich ihn verkaufen. Aber er würde eher als Stürmer passen und nicht als ZOM. Aber wie gesagt, ich werde ihn auf beiden Positionen testen. Aber wenn ich mit ihm so spielen kann, wie er mir im gegnerischen Team auf den Sack geht, dann wird er einfach mega geil sein. Dann wird er einfach unglaublich geil sein. Oh, nice! Über 100k für den seltenen 86er. Und wie gesagt, erster Walkout überhaupt. Ich hatte noch nie einen Walkout. Das ist geil. Das ist richtig geil. So, wir gucken auch die anderen seltenen Spieler nach. Nice! 1-1, 1-1000, okay. Ziyuba, der hat mal bei Spartak gespielt, zusammen mit Wellington. Stark, wenn es zu denen eine Inform geben würde, wäre geil. Guckt euch mal die Grundwerte an. 77 Tempo, 78 Defense, 77 Physis. Eine Inform wäre schon ziemlich, ziemlich nice. 1-1000, der ist auch nichts wert. Die anderen packen wir auf die Transferliste. Torera, von dem haben wir doch die Inform. 950, auch der ist ein bisschen was. Wert, stellen wir für 850 rein. Ach, Merten, das ist geil. Den wollte ich nämlich eh schon immer mal testen, weil er eben Hassspieler Nummer 1 ist. Er muss ja einfach dann super geil sein. Er ist ja auch umsonst nicht so teuer. Ich meine, klar, er ist schnell, aber er ist auch sehr beliebt. Auf jeden Fall. So, meine Freunde, letztes Pack. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir, oder es wäre nicht das erste Mal, dass wir in dem kleinen Pack geilen Scheiß drin haben und dann im Mega-Set nicht mal Leinwand-Spieler. Komm, gebt mir wenigstens noch einen Leinwand-Spieler. Wenigstens noch einen Leinwand-Spieler, bitte. Come on! Ja! Leinwand-Spieler! Was ist das? Protogail 8. Oh, wieder. Oh, Gott. Ja, Lopez 83. Das ist das schlechteste Leinwand, was es geht. Der wird nicht wert sein. 1,6 1,5 Oh, bekommen wir noch für über 1.000 los, dann verkaufe ich ihn. Stell ich mal rein für 1,3 Ah, ich bin zufrieden. Auch wenn jetzt hier nichts Geiles drin ist, ich bin absolut zufrieden. Ja, logisch. Ich meine Mertens, hallo. Wie soll ich da unzufrieden sein? Oh, ist da ein bisschen was wert, oder was? 2,7 2,5 2,5 2,4 Ich stelle ihn mal rein für 2,2 Tja, diese Premier League, ey. Das ist dann auch so ein Schrottspieler, was wäre das da? Der hat überhaupt kein Tempo gehabt. 1,1 Der ist nichts wert. Na, mal schauen, ob der auch es wert ist. Ich meine, rechtes Mittelfeld, 87 Tempo und Premier League, aber ich denke, da gibt es zu viele bessere. 1.000 Ja, da gibt es zu viele bessere. Ja, hier haben wir einen aus der Bundesliga, den schaue ich nach. 1,5 Ich glaube, ich stelle ihn für 500 rein, da wird eh nie irgendwie groß was wert. Also, wenn er jetzt nichts wert ist, jetzt wo ein bisschen Bundesliga gebraucht wird, wird er halt auch, denke ich, nie irgendwas groß wert sein. So, die Verträge behalten wir alle, außer das hier, das brauche ich nicht. Ist das überhaupt was wert? 300, oh Gott. Ich glaube, das können wir echt für 200 reinstellen. Aber besser, als wenn ich es behalte, weil ich es eh nicht brauche. Oh, wie viele Fitnesskarten haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5 So viele Teamfitnesskarten, vor allem Gold, hatte ich noch nie. Aber die sind dieses Jahr leider nicht so viel wert. Das ist schade. Das liegt daran, dass, glaube ich, deutlich mehr Leute spielen und die mehr gezogen werden. 900, also es wird wahrscheinlich 800. Für 800 gehen die wahrscheinlich weg. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, ne? 5 mal 800 Das sind auch 4.000 Mir fällt gerade was ein. Es könnte sein, dass ich diesen Sonntag super viele... Ah, ne, ich verkaufe die jetzt einfach scheiß drauf. Außerdem brauche ich die Kohle nicht, dass dann morgen doch irgendwie... Die Spieler, die beiden Spieler, die ich kaufen will, ähm, mehr wert sind. Also mehr kosten, als... Als ich jetzt denke. Da ist es schon gut, wenn ich noch ein bisschen Kohle habe. Ach, Mertens! Meine Freunde, ey! Ich freue mich so drauf, den zu spielen. Ich bin echt extrem gespannt, wie der abgeht. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass der besser ist, als... Second Info Mikati, weil er halt auch ziemlich schnell ist. Hat zwar keinen Körper, aber das ist bei ihm ziemlich egal. Ich habe gar nicht seine Ingame-Werte angeguckt, fällt mir gerade ein. Das hätte man doch noch machen können. Wenn ich daran denke, mache ich es mal noch. 650... Das wird wahrscheinlich bis 500 weggehen. Oh, haben wir etwa noch ein kostenloses Pack, oder was? Das wäre natürlich geil. Also noch letzte Woche schon, wenn ich mich recht entsinne. Training wird nicht wirklich benutzt, oder? Wir gucken mal. 400, 200... Leiset! Ah, okay, das hat man noch nicht. Das braucht aber auch keiner. Leiset! Oh Gott! Das Ding ist ja, wenn die wenigstens richtig viele Spiele dann hätten, dass sich das lohnt. Aber die haben ja dann genauso wenig Schrott-Spiele wie alle anderen auch. Ja, sieben Stück. Was soll da Schrott? Uh, krass. Kosta. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man Premier League spielen würde. Wenn man mal nebenbei testen, sieben Spiele. Aber ich hätte mich über einen Lewandowski oder Aubameyang mehr gefreut. Wobei ich vielleicht auch mal mit Werner gar nicht raushauen. Ach ja, stimmt. Im Leihspieler-Set ist ja nur ein Spieler und der Rest ist ja so. Aber es ist halt leider nur Schrott, wenn wenigstens noch... Wenn wenigstens noch ein... Vertrag drin gewesen wäre. So, was wollte ich machen? Ich wollte nochmal... Wer fehlt denn hier? Ach ja, ich weiß wer. Ich habe nämlich meinen El-Sharabi, meinen normalen El-Sharabi, habe ich nämlich getauft. Mein normalen El-Sharabi habe ich nämlich getauscht gegen den coolen hier. Ich habe mir noch Höwedes und Wagner geholt, weil die preiswert waren. Falls die Glory-Karten... Falls die eine Info bekommen, werden die Glory-Karten automatisch aufgewertet. Und die waren halt super billig, deswegen habe ich mir die gekauft. Und der El-Sharabi war zwar ein bisschen teurer, die Glory-Karte, als die Info-Karte. Aber der wird auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich noch eine Info bekommen. Und damit kann ich dann einfach mit dem extrem Geld machen. Plus ich spiele den ja auch. Also es ist ja jetzt nicht nur eine Wertanlage, die sinnlos rumgammelt, wie die beiden Karten jetzt hier. Sondern ich spiele die ja auch. Von daher... Ach ja, Quadrat habe ich ja auch noch, um Kohle zu machen. Ah, den brauche ich... Also die Kohle, die ich gerade habe, reicht. Brauche ich nicht verkaufen. So, genau. Den muss ich dann wieder ummünzen. Da ist ja momentan noch linker Flügel und so. Aber das macht ja nichts. Ich hatte gerade eh verletzt. Sehr schön. Lasst mich kurz nachdenken. Mit welcher Mannheit müsste ich dann spielen? Mit der anderen Mannschaft. Das heißt, Mertens hat noch volle Power. Jetzt schauen wir aber erstmal seine... Werte nach. Also, oh, sehr gut. Ich hatte nämlich Angst, dass er auf dem schwachen Fuß nur drei Sterne hat. Aber der hat vier Sterne auf dem schwachen Fuß. Und es ist schon mal gut, dass er so klein ist mit 1,69. Weil er hat keinen Körper, wie man sieht, 55 Füße ist. Aber wenn die halt so dribbelstark sind und so klein und buselig, ist das meistens gar nicht schlimm. So, Antritt 93 bringt mich an 87. Ja, er ist sehr schnell. Das wusste ich schon. Das freie Raum also nicht boosten. Stellungspiel und Abschluss 85, 85. Das ist sehr gut. Den kriegen wir also auf 99, wenn wir wollen. Oder nah an 90. Dann Schusskraft 80, Fernsehser 81. Auch gut, weil er ist schon mal in allem relativ gut. Volley ist okay, aber das ist nicht ganz so schlimm. Übersicht 82, Flanken 77, Freistoßpräzision 77, kurzer Pass. Das ist auch sehr schön. Also, da kann schon mal schön mitspielen als Stürmer. Dann Dribbling-Gewerde sind überragend. Guckt euch das an. Unglaublich. Ausdauer 75 ist okay. Jetzt nicht mega krass und Stärke ist halt scheiße. Aber ja, er hat sehr interessante Werte. Ich werde ihm wahrscheinlich... Was werde ich denn ihm geben? Ich werde ihm wahrscheinlich... Er braucht eigentlich keine besseren Passwerte. Ich glaube, ich gebe ihm Marksman, was Schießen, Trippeln und Physis verbessert. Dann bekommt er zumindest noch... Ich meine, eigentlich ist es fast ein bisschen verschwendet, dass man ihm was in die Physis steckt, weil die Sprungkraft und die Stärke, die dann um jeweils... Ich glaube, Sprungkraft um 10 und Stärke um 5. Oder die auch um 10 geboostet, ich weiß gar nicht. Aber die wäre das dann immer noch so miserabel, da wird man wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Aber ich will ihm halt auch nicht Sniper geben, weil Sniper boostet Stellungsspiele und ich glaube, Abschluss um 15. Das wäre ein bisschen verschwendet. Wobei, das wäre gar nicht so schlecht. Aber die Schusskraft und die Fernschüsse wären nicht geboostet. Und das hätte ich halt schon gerne bei meinem Stürmer. Ich werde ihm Marksman geben als... Oder ich gebe ihm Maestro. Da wird Schießen, Pass und Dribbling geboostet. Das hat ihn Vorteil, dass wenn er nicht als Stürmer funktioniert und ich ihn als ZOM teste, er direkt schon den richtigen Chemistry-Style hat. Ja, ich glaube, ich gebe ihm Maestro. Er hat halt noch einen überragenden Pass. Ja, so mache ich es. Sehr geil. Was hat er eigentlich für eine... Auf wie viele Chemie kommt er? Ah, das ist noch besser. Also er kommt jetzt schon auf 9 Chemie. Ohne Loyalty-Bonus. Das bedeutet, wenn er dann den Loyalty-Bonus hat, bekommt er auf 10. Und das hat den schönen Vorteil. Ich muss ihn jetzt nicht vom Mittelstürmer zum Stürmer machen, um ihn zu testen. Weil das hätte dann nicht den Nachteil, dass wenn ich ihn dann vom Stürmer zum ZOM mache, das das Hauptengeld kostet. Das heißt, ich kann ihn jetzt einfach so als Stürmer testen. Und wenn er nicht funktioniert, dann kann ich ihn als ZOM testen. Was bekommt er denn da eigentlich? Na, ist egal. Das können wir dann andermal testen. So, jetzt schauen wir mal kurz. Ich glaube, ich habe nämlich Maestro schon. Als Champions-Style. Dribblings-Schuss passt, genau. Oh, Einsatzfreude. Wir haben eine Aufgabe gemeistert. Sehr schön. Damit haben wir das jetzt schon. Und die Folge wird zwar ultra lang, weil ich habe wieder zwei Spiele anhängen, aber scheiß drauf. Ist das halt so? Was habe ich jetzt bekommen? Irgendwie cool. Ich habe gar nicht gelesen. Na, ist egal. So, das war es auch schon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ach, wir gucken mal kurz die Spiele nach. Ihr seht dann ja sowieso, weil ich die Folge ja zusammenschneide, ihr seht dann ja sowieso, welchen Spieler ich haben will. Und da kann ich mal gucken, weil es gibt ja gerade ihn als Angebot. Und zwar ist es einmal Toliso in Form. Den habe ich heute schon mal für 75.000 gesehen, aber ich dachte, der wird vielleicht noch sinken. Deswegen habe ich ihn nicht genommen. Das ist so um die 80.000. Vielleicht hätte ich ihn für 75.000 nehmen sollen. Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Es ist auch ziemlich spät. Ich denke, Freitagnachmittag wird es wieder billiger werden. Bin halt hier. 78.500, 76.000 war gerade das Billigste. Einmal bei 76.000. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, das ist halt immer der zweite Spieler, den ich haben möchte. Der hier, ich glaube, Man of the Match Karte oder irgendwas mit Länderspiel auf jeden Fall ist das. Deswegen ist die Lila. Das ist schon mal cool, auf jeden Fall, dass wir da eine neue Farbe bekommen. Und der müsste eigentlich ein ziemliches, er hat mir leider als normale Karte nicht gefallen, aber er müsste jetzt eigentlich ein ziemliches Biest sein mit Shadow dann. Also ich würde ihm wieder Shadow geben wahrscheinlich. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxes. Tschö, tschö. Und dann kaufen wir uns einfach beim, am Freitagnachmittag dann die Karten. Passt schon. Ah, mehr hat uns gezogen. In your face. Erster Workout. Über 100k. Nice. In your face. Ich freue mich. Ich freue mich vor allem darauf, ihn zu testen. Das wird richtig geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Praxis. Also, das heißt, bis zum nächsten Mal, ihr habt einfach nur einen Schnitt. Also bis gleich. Für euch. Tschüss. Bis gleich. Einen... Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Was haben wir denn hier im Shop? Hä, wir haben noch ein Set. What? Wofür denn? Okay, ein Bronzverträge-Set. Das wird für irgendeine Aufgabe gewesen sein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, irgendeine Aufgabe eingelöst zu haben und das Billig-Pack nicht abgeholt zu haben. Hmm. Merkwürdig. Egal. Ja, ich denke, ich habe jetzt da alle meine... Also, ich habe meine Spiele eingestellt. Ich habe mir auch Tolisso und Benatia gekauft. Habe beiden Shadow gegeben als Champions-Tree-Style. Da haben wir einmal Tolisso mit Shadow und... Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt. Ich meine, da ist die Inform. Der hat vor allem... Genau, ich kann euch mal kurz die Werte zeigen. Er hat vor allem mega... Was mache ich denn? Er hat vor allem mega krasse Passwerte. Übersicht 85, kurzer Pass. Übersicht 85, kurzer Pass 91, langer Pass 88. Also, wenn der die Bälle nicht verteilen kann, dann weiß ich auch nicht. Dann hat er auch einen geilen Distanzschuss endlich bekommen. Schusskraft 86, Fernschöse 82. Seine Zweikampfwerte sehen gar nicht mal ganz so krass aus, aber wir geben ihm Shadow. Deswegen, die sind dann alle krass mit Shadow. Und die physischen Werte sind halt auch überragend. Ja, Sprungkraft 90, Kopfballpräzision 85. Wie groß ist er? 1,81. Ach, das fängt er immer nach Ecken, weil er so eine Kopfballpräsenz hat. Aber er ist halt relativ klein, deswegen ist er bitte blöd. Ja, er ist Rechtsfuß. Sehe ich gerade. Und hat drei Ständer auf den Sprachen. Und er ist auch Rechtsfuhrer-Drei Ständer. Ja, dann lassen wir es aber so stehen. Icardi muss noch regenerieren, hat noch eine Verletzung. Das heißt, wir wechseln dann erst, also nach dem Spiel wechseln wir dann erst den guten Mertens ein. Und jetzt spüren wir mal und schauen mal, was Tolisso so zeigt. Das hat er eigentlich Reparive-Werte. Er hat seine Scorer-Punkte noch verbessert. Ich glaube, er hat ja auch in letzter Zeit... Ach nee, komm, schwarze Hosen, kein Bock drauf. Hat ja auch in letzter Zeit seine... Kann ich mal nachgucken. Acht Spiele, drei Scorer-Punkte ist immer noch gut. Ach, mir fällt gerade ein, die Spielerollen müssen mal wieder neu gemacht werden. So, Kimmich, Kimmich, Reparive, Tolisso, Arangis und Kapitän bleibt Radegi, oder? Ja. Ich mache jetzt die Spielerollen aber direkt nochmal an dem anderen Team, sonst vergesse ich das. Na komm. Wir müssen aber in der Bundesliga spielen, obwohl ich mich extrem auf Mertens freue, logischerweise. Lichtsteiner, Lichtsteiner. Mertens, Philippa anders an, Mertens. Kapitän. Ich glaube, ich nehme Kedir, oder nicht, Lichtsteiner hatte ich sonst, ne? Ich nehme Kedirer. So, jetzt aber zocken, come on! Das ist Freitag, ich bin extra zeitiger aufgestanden, weil ich habe dann später keine Zeit mehr. Ich fahre dann weg und bin auch am Samstag nicht da. Das heißt, ich habe dann erst wieder am Sonntag Zeit, deswegen hoffe ich, dass ich heute wenigstens 5 Spiele schaffe, dass ich ja nur noch 20 am Sonntag machen muss. Und am Sonntag komme ich ja erst wieder, also da weiß ich auch nicht, ab wann ich dann Zeit habe zu spielen. Ich hoffe, dass ich vor 23 Uhr dazukomme, ein paar Spiele zu machen. Okay, wir bekommen direkt einen interessanten Gegner, der hat Alessandrini drin, Griezmann, noch ein Informe im ZM, den ich nicht kenne. Und Scream Bartra, ein Hybrid mit ein paar sehr guten Spielern und ein paar nicht so guten Spielern. Und der scheint auch direkt umzustellen, da nutze ich die Zeit und trinke einen Schluck Tee. Zum Wachwerden, wie immer mein geliebter Earl Grey. Aus unserem eigenen Teeladen, also nicht aus meinem eigenen, sondern aus meiner Stadt. In meiner Stadt gibt es einen schönen Teeladen und da habe ich ihn mir gekauft. So, schauen wir nochmal, ob er seine Formation geändert hat. Ach nee, das bin ich. Er hat sie trotzdem geändert, so im 4-1-2-1-2. Und macht sie alle im Sturm stehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, wir konzentrieren uns, bis zum Ende durchhalten, wir haben keinen Stress. Und versuchen mal, das erste Spiel zu gewinnen. Ist immer schön, das erste Spiel zu gewinnen. Ne, da kommt Werner über seine Pace, gefällt mir. Das war nicht so geil und der Pass war gerade krass. Das haben wir schön gemacht mit Kimmich. Jetzt kommt der Schuss, der vielleicht keiner sein sollte. Ich weiß nicht, ob er da schießen wollte oder ob er irgendeine Schuss da schon machen wollte. Oder einfach nur außerdem auf Schießen gedrückt hat. Keine Ahnung. Vielleicht auch auf Tacklen gedrückt. Da hat er noch einen kleinen Stellungsfehler drin. Zu hoch. Ich glaube, das war zu Liso, den wir da gerade den Ball rausgeknallt haben. Wieder den Stellungsfehler bei Ribéry. Wieder ein Stellungsfehler bei Ribéry. Oh, hat er ein Glück, dass er da, dass ich nicht mehr rankomme. Oh, jetzt haben wir Pech. Wir haben doppelt Pech. Aber Ginter läuft alles ans Linie ab, auch krass. Man macht immer den Stellungsfehler bei Ribéry. Wir sind da los. Ach, du Liso hat er auch gar nicht gemerkt. Wir gehen gerade viele über Ribéry. Ich würde auch gerne mal rüber zur Origi geben. Mit Ribéry hier nicht seine, sowieso schon wenig vorhandene Ausdauer verliert. Und er war leider zu kurz. Ja, immer diese knappen Bellen kommt. Schön gemacht mit Süle. Risikopass. Oh, ich hatte echt Angst, dass der Reingeber abgefälscht ist. Meine Fresse. Mal ganz in Ruhe. Wir hatten schon ein paar schöne Situationen. Und hätten da schon mal mehr draus machen müssen. Haben wir leider bisher nicht. Nach dem Glück kein guter Winkel. Geht halt auch eigentlich zu akku drauf. Deswegen macht er auch immer den Stellungsfehler über außen. Aber bisher konnte ich es noch nicht so richtig krass ausnutzen. Schade. Oh, das war richtig dumm von mir, ey. Scheiße. War eigentlich schlecht von ihm verteidigt. Und ich schenke ihm dann... ...da den Ball. Hier schon wieder. Oh, Mann. Muss doch mal möglich sein, für mich hier das auszunutzen. Ich kann halt einfach nicht geil in die Mitte rein, wenn ich einmal... ...schön gemacht mit Tolisor. 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 Oh, das sollte der Pass auch nicht hin. Scheiße. Keine Ahnung, er hat sich schon seit einer Stunde Pause gedrückt, was er da jetzt machen will. Ist aber auch gut, dass er die noch mal kurz vor der Halbzeit bekommt und die quasi verschwendet. So, ich habe keine Ahnung, was er macht, ich mache einfach weiter. Aber Ribéry hatte schon einen guten Ausdauer verloren, weil auch viele über ihn gespielt haben. Schade. Ach, also ich bin nicht zufrieden, weil er macht so krasse Fehler im Abwehrspiel und ich konnte es bisher nicht ausnutzen. Das ist kacke. Gefällt mir nicht. Tolliseau macht einen sehr guten Eindruck, aber sein Upgrade ist auch ziemlich krass, finde ich. Von daher war das nicht anders zu erwarten und der Gegner scheint wohl gerade Pause zu brauchen. Also machen wir wieder Teezeit. Ja, wir haben einfach zu wenig Abschlüsse gehabt. Gegner quasi nur am Kontern und dann auch nicht wirklich so gut bisher. War nicht Trippelsteig oder so. Also man, ich konnte es bisher immer ganz gut verteidigen, aber wie gesagt, es ist halt FIFA 18 lang. Da rutscht immer mal irgendwann einer durch, deswegen wäre es schon ganz gut, wenn wir langsam mal ein Tor machen. Eigentlich müssten wir schon, also nicht von der Abschlusschance her hätten wir schon zwei, drei Tore machen müssen, sondern einfach von der spielerischen Qualität des Gegners hätten wir schon zwei, drei machen müssen. Schön gemacht mit Repairie. Schön gemacht mit Repairie. Ich musste abschließen, ich hätte sonst da die Ballkontrolle verloren. Oh Mist, da wäre noch die Ballkontrolle nicht, die wir dringend gebraucht hatten und der macht wieder so einen Passfehler. Wieder Stellungsfehler. Das hat er mal ganz gut gemacht. Oh, getunnelt. Und abseits zum Glück. Fuck! Extra verzögert mit Repairie. Die Trainer wird auf jeden Fall auch schnell zu sein. Oh, wir stehen quasi im Passweg drin, ey. Das war eigentlich ein Rückpass, aber okay, vielen Dank. Ach, er schießt nicht gleich, sondern nimmt ihn erst wieder an. Toll. Oh nein, so eine Scheiße, ey. Och, ist das unverdient, krass. Oh, was soll es? Dann gehen wir halt mal in die Pause. Ich stelle mal aufs 4-1-2-1-2, weil wir uns einfach zu wenig Torschancen gegen eine eigentlich schlechte Verteidigung rausspielen. Und wechseln können wir auch gleich. Und wechseln können wir auch gleich. So, Werner. Okay, egal, ich bedrehe immer noch. Oh, Elfmeter. Alle Sandrini holt direkt den Elfmeter raus. Sehr geil. So, jetzt aber konzentrieren. Dann müssen wir uns den Finger erstmal reinmachen. Och, Fick dich. Kotzt mich das an. Wieso? All right. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist so unverdient, aber auch eigene, also eigentlich schuld logischerweise, wenn ich den Elfmeter verschieße. Oh, das kotzt mich an, das Spiel. Wieso habe ich den Elfmeter verschossen, ey? Aber gut, wenn ich gegen so einen Gegner halt auch keine Torchancen rausspiele, ich meine, der spielt einfach nicht wirklich gut. Sein Ton natürlich auch ziemlich glücklich im Endeffekt. Amen. 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 Ich meine, das 2.0 kommt nur zustande, weil ich es auf totaler Angriff gestellt habe. Aber wie gesagt, eigentlich ist es eine unverdiente Niederlage. Sie wird nur dadurch verdient, dass ich halt zu blöd bin, mir Chancen rauszuspielen und meinen Elfmeter nicht nutze. Weil, wie gesagt, rein vom Spielerischen her war ich der bessere Spieler oder bin ich der bessere Spieler, aber ich habe es halt einfach nicht wirklich in Torchancen ummünzen können. Und ja, wenn man Elfmeter verschießt, hat das auch nicht einer verdient. Ich verstehe aber, ich verstehe diese Elfmeterscheiße echt teilweise nicht. Meiner Meinung nach habe ich genauso gezielt wie sonst auch. Ich weiß nicht, ob da irgendwie dann einfach nur der Zufall dafür schuld ist, dass er jetzt ein bisschen mehr nach rechts gezogen hat. Also ich verstehe es einfach nicht. Das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. Das kotzt mich an, ey. Egal, weiter, bringt nichts rumzuheulen. Wir haben noch viele Spiele vor uns. Wie gesagt, das erste Spiel zu verlieren ist immer scheiße, aber vielleicht, ich weiß nicht, ist es auch ganz gut. Und man bekommt erst mal schlechtere Gegner, als wenn man direkt gewinnen würde, ist keine Ahnung. Ja, und langsam zweifle ich daran, ob ich Origi wirklich weiterspielen kann. Ich meine, er hat halt leider noch so viel Bonus, weil er so viele Scorer-Punkte gemacht hat. Wenn wir halt die ersten, also ein Spiel müssen wir mindestens abziehen, drei vielleicht noch. Wenn wir eins abziehen, haben wir halt in 15 Spielen sieben Scorer-Punkte. Das ist halt immer noch sehr gut. Und wenn ich noch vier davon wegnehme, dann wird es halt noch geiler. Also ja, es gibt einfach gerade keinen Grund, ihn nicht zu nehmen, auch wenn er da nicht mehr so viel zeigt. Und wie gesagt, es lag jetzt logischerweise nicht in dem Spiel hier irgendwie an Origi. Okay, ich muss noch Bundesliga Mertens auf die Bank packen, so vergesse ich es auf jeden Fall beim nächsten Mal. Was? War da zwei Spiele verletzt? Och. Na, da hat er Pech gehabt. Mertens muss regenerieren, wenn ich den jetzt spiele. Pulisic hat sich halt besser angefühlt als Origi, aber hat halt nicht mehr Buden gemacht. So, jetzt bin ich echt so krass gespannt auf Mertens, ohne Scheiß. Achso, was gebe ich denn jetzt für einen Vertrag? Irgendwas Kleines erstmal nur. Okay, bei mir dreht gerade komplett meine Anlage durch. Ich schalte die mal aus. Tja. Habe ich gerade einen Anruf bekommen? Ja, ich habe einen Anruf. Ähm, ja, aber ich gehe nicht ran, weil ich ja logischerweise gerade im Spiel bin. So, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Genau, ich habe ihm einen Vertrag gegeben und... Dann geben wir ihm mal noch einen Vertrag. Äh, Arangis bekommt einen großen. Ich wüsste ja nicht, warum der jetzt in nächster Zeit gehen sollte. Und jetzt, erstes Spiel mit Mertens. Natürlich wird auch... Achso, wo stellen wir denn eigentlich Benatia hin? Ist das der richtige Platz für ihn? Rechtsfuß, drei Steine auf dem Schwachen. Rechtsfuß, zwei Steine auf dem Schwachen passt. Dann haben wir mit Kulibaly und Inform... Benatia natürlich zwei richtige Monster da. Warum hat er da nicht sein Schwarzes gelassen? Was haben wir denn da? 87er mit Hunter, linker Flügel. Und der hat auf dem rechten Dembele. Oh, er hat einfach mal den Player of the Month da drin stehen. Sehr schön. Und er stellt auch direkt wieder um. Wahrscheinlich andere Formationen, würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich wieder 4-1-2-1-2 oder so. Ist ja meistens so. Oh, er hat Jesus im ZM. Ja, er wird auf jeden Fall wechseln und Jesus irgendwie vorn reinbringen. Wahrscheinlich Jesus als Stürmer und keine Ahnung, was er mit Lallana macht. Werden wir gleich sehen. Lallana ist zweiter Stürmer. Dembele, ZOM, Jesus? Ne, er würde er noch wechseln. Das gar nicht, sind wir gerade zu zeitig. Hä? Oder... Ne, Moment mal. Er würde da nicht seine Nähe ins ZM stellen, oder? Jesus im ZM? What? Das passt doch überhaupt nicht. Das ist ein ganz klassischer Stürmer. Naja, egal. So, jetzt konzentrieren wir uns und machen die Gute rein. Das hat auch die Umstellung aufs 4-1-2-1-2 nichts gebracht, weil wir einfach... Ich weiß nicht, wir waren irgendwie nicht konsequent genug im Angriff. Ich kann es auch nicht so richtig erklären. Also, rein theoretischerweise hätte die meine ursprüngliche Formation, die hätte eigentlich schon gereicht. Wie gesagt, der Gitten hat Fehler gemacht in der Abwehr, etc. Oh, ein bisschen Pech. Aber wir konnten die einfach nicht ausnutzen. Benatia, hast du mal einen Ball. Machst du souverän. Unser neuer El Sharabi. Ich weiß ehrlich, ja gar nicht mehr, was für einen Champions League der ich im anderen El Sharabi gegeben habe. Dem habe ich jetzt Maestro gegeben, aber ich glaube, der andere El Sharabi hat ja auch Maestro, oder? Damit er halt ein bisschen besseren Schuss hat. Ich würde ihm zwar auch gerne Engine geben, um halt noch ein bisschen Paceboost zu bekommen, aber ich denke halt... Direkt der erste gute Schuss von Mertens. Er ist halt super klein, also Kopfbälle können wir bei ihm, denke ich, vergessen. War da jetzt einer von uns dran? Ich weiß es nicht. Boah, krass, wie der den raussteckelt. Hätte ich nicht gedacht. Das Verbindertia hat er von alleine gemacht. Sehr geil. Der hat also gerne mal einen Trick, wie es aussieht. Der hat auch gerne mal einen Trick zu viel, wie es aussieht. Das war dumm von mir. Ich glaube, er ist so spät gerafft, dass unten keiner mehr ist. Och, so ein beschissenes Distanz-Tor. Aber das ist halt so ein Ding, das kann man einfach nur schwer verteidigen. Wenn ich nah rangehe an den Gegner, dann dribbelt er sich halt einfach durch. Und wenn ich zu weit weg stehe, wie hier, kann er zum Distanzschuss ansetzen, der an dem Fall leider reingeht. Und Donnarumma hat gar keinen Bock. Wenn Donnarumma normal springen würde mit seinem Arm hin, würde er es vielleicht sogar schaffen. Sollte logischerweise auf den Elfmeterpunkt gehen. Sehr schön. Dann hat Koulibaly seinen Körper eingesetzt gegen Dembele, der halt keinen hat. Philippa Andersen habe ich auch einen Champions-V3 gewechselt. Und zwar hatte der... Schwacher Schuss. Hatte der Engine drauf, aber der ist so schnell, dass ich ihn Maestro gegeben habe. Kriegt jetzt auch nochmal einen besseren Schuss. Das war ein dummer Pass von mir, haben wir Glück. Auch ein sehr aggressiver Verteidigungsstil von ihm, da sollte nicht dahin gehen, der Pass. Hat aber zum Glück geklappt. Ich mache Abschluss. Ein bisschen faul. Jahrhade. Ja. Hat aber. Ja. 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 Abgefälscht und nur Alu, oh fuck. Schön gemacht mit Torera, schade, dass wir da nicht den Balls jetzt behalten. Diese Scheiße mit diesem Hinterherlaufen mit meinem Nähe, das hätte einfach nicht funktionieren dürfen. Glitzsteiner gut gemacht, er macht es schon wieder. Guckt euch das an, er führt immer noch seine Nähe. What the fuck ey, ist das schlecht. Schön gespielt, hat aber leider nicht gereicht. War mal ein guter Trick. Voll in den Rücken gespielt, kommt trotzdem zum Abschluss, nice. Okay, jetzt geht's. Wieder macht er die Kacke. Habe ich Sané vorhin die ganze Zeit gesagt? Ich meine natürlich Mané. Nicht Sané. Mané. Soll ich aufs 4-1-2? Wir hatten eigentlich ganz gute Chancen, oder? Ja, vom Schuss her passt das auch. Gegner hat auch nicht aufgeschossen. Ich lasse das mal so. Ich glaube, wir brauchen nicht aufs 4-1-2-1-2 wechseln. Oh, mein eigener Spieler gefault. Na also, wurde aber auch Zeit. Wird dann ein schöner Sancho von Torreira. 1-1. Jetzt drehen wir das Spiel. Tja, das ist eine Grätsche. Hat er da den Mitspieler weggenommen. Und er war dann einfach sehr gut geschossen. Und ich glaube, den Helder tut er auch nicht, weil er den besser sieht. Oh, und dann noch ein lacher Tor. Glückwunsch. Oh, Spaß. Egal. Dann machen wir Heides 2-2. Es war halt einfach schlecht. Also, Jesus wurde einfach schlecht verteidigt. Das war das Problem. Schlecht von mir gedribbelt. Oh, auf den wollte ich nicht passen. Ich spiele aber auch gerade scheiße. Man kann es nicht anders sagen. Das war gut gespielt. Meine Fresse. So, ich soll ihn jetzt nicht direkt wieder den Gegentreffer fressen. Aber so Drehungen, was für ein schweres Tor. Der war knapp. Ich denke, ein besserer Torhüter hat ihn auch. Sehr schön. Sehr schön. Ich denke, was für ein schweres Torhüter hat ihn auch. Tschüss. Und dann hast du uns das Schlecht. Schade, mir hat uns bisher noch nicht wirklich aufgefallen, aber hatte jetzt in dem Spiel auch noch nicht so die Chance. Nein, ich wollte nach links gehen, ich habe nach links gedrückt mit dem Steuerkreuz und habe dann auf Action gedrückt, weil ich natürlich wechseln wollte. Mann! Ich will auch nicht direkt wieder eine Verlängerung, verdammt, ich brauche hier die Zeit. Oh, mein Spieler geht weg, habt ihr das gesehen? Zum Glück diesmal kein Lackertor. Aber wieder schlecht verteidigt, meine Fresse. Auch nicht toll gemacht von Alessandrini. Der ist richtig gut im 1 gegen 1, komplett zum Kotzen, ey. Und leider nicht kontern. Und jetzt geht's mal. Auf den wollte ich nicht passen. Oh mein Gott, das gibt es doch nicht. Wie beschissen ich gerade spiele. Der verteidigt es mittlerweile ziemlich gut. Am Anfang hat er es meiner Meinung nach nicht so gut verteidigt. Immerhin die Ecke, komm jetzt ein Lackertor, come on. Steht denn da vorne, ist nicht Mertens, oder? Natürlich richtig schlecht. Das darf nicht passieren. Ich wollte einen normalen Pass spielen, er macht einen Laufpass draus. Wir standen genau davor, ey. Ich muss ruhiger bleiben, es bringt nichts, nicht aufzuregen, dann wird es nicht besser. Schwieriger Gegner, aber ich spiele auch nicht gut. Es ist leider einfach so. Ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen zu müde, oder so, oder nicht richtig wach. War dieses extrazeitige Aufstehen zum Spielen nicht so gut, aber es ist eigentlich scheißegal. Ich habe eh keinen Bock, 25 Spiele zu machen am Sonntag, also lieber jetzt ein bisschen schwächer spielen. Und dann die Spiele halt so verkacken, als dass ich dann am Sonntag alle Spiele machen muss, weil dann verkack ich die auch. Das war schon wieder nicht der Spieler, auf den ich passen wolle. Ich wollte auf Prozowitsch passen, also ich muss gerade echt so schlecht zielen, das gibt es gar nicht. Mittlerweile würde ich auch sagen, es ist ein glückliches Unentschieden, also hätte uns auch nicht beschweren dürfen, wenn der Gegner gewinnt. Und die Folge wird wahrscheinlich jetzt zwei Stunden lang. Aber egal. Ich werde jetzt hier auch nicht in eine andere Formation wechseln, das liegt in einer Formation, das liegt einfach an meinem spielerischen Können gerade. Ich merke das, ich bin noch viel zu langsam im Kopf. Ach, das ist ärgerlich. Okay, da haben wir unsere Lackspiel. Lacker-Kopfball-Tor mit Koulibaly. Lackertor nur deswegen, weil Kopfball- oder generell-Eckentore sehr selten sind. So jetzt, aber das wird halt, ich werde das nicht gewinnen, also ich kann es gewinnen, aber ich werde jetzt nicht wegen dem einen Tor hier sicher sein. Ich muss auf jeden Fall noch versuchen, noch ein Tor zu machen, muss gut verteidigen. Ach, es zählt als Eigentor, weil noch jemand dran war, toll. Ich hätte lieber das Kopfball-Tor für Koulibaly mitgenommen. Das wurde auch mal zeitisch, das war nämlich, glaube ich, sein erstes. Schade. Das haben wir schön gemacht. Schön gemacht. Mit Ulam. Oh, krass. Krass, krass, okay, jetzt haben wir uns zumindestens die Führung einen Tick verdient. Scheiße, wieder mal schlecht gedribbelt. Die hat der Gegner Glück. Die hat der Gegner Glück. Sehr schön, die Ecke von ihm kaputt gemacht. Okay, wir haben uns die Führung sogar ein bisschen verdient. Wir waren in der ersten Hälfte besser als der Gegner, der Verlängerung natürlich. Come on. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir sind. Tja, da wollt ihr wohl eine Abseitsfalle stellen. Das hat nicht ganz funktioniert, die Abseitsfalle. Das war es, das war es, der Deckel. Aber jetzt ist es auch verdient. In der Verlängerung waren wir der bessere Spieler, würde ich sagen. Alle Sandridi macht es. Also ich musste ihn da nochmal querlegen. Wir waren ja quasi vier gegen den Torhüter. Also das ging ja gar nicht anders. Und wir hätten es auch noch fast verkackt. Also nicht jetzt den Schuss, aber den Pass vorher hätten wir fast verkackt. So, jetzt kommen die Wutgrätschen. Oder er spielt gar nicht mehr mit. Ich glaube, er spielt gar nicht mehr mit. Schade. Also ich muss ganz ehrlich sein. Merten ist mir jetzt in dem Spiel überhaupt gar nicht positiv aufgefallen. Oder krass aufgefallen. Ich weiß nicht, ob der Spielertyp nicht zu mir passt. Aber eigentlich ist er relativ ähnlich wie Werner. Also vom Typ her. Ja, der Gegner hat seinen Controller weggelegt. Das bedeutet aber, dass irgendwann das Spieler bricht. Okay, das war zumindest ein guter Abschluss. Weil der Abschluss war recht schwierig. Also das klingt jetzt blöd. Weil der Gegner nicht mehr mitspielt. Aber der war halt im Vollsprint. Also ich bin gesprintet. Und habe dann flach gegen meine eigene Laufrichtung nach rechts geschossen hier. Das ist halt... Im echten Leben wäre es wahrscheinlich, dass ich das Knie gebrochen oder so. Das ist halt sehr, sehr schwer. Und ja, es war ein... Ist ein gutes Zeichen, dass da so ein Abschluss drauf war. Also logischerweise würde es jetzt trotzdem in seine Scorerwertung einfließen. Und er hat halt ein Tor gemacht im ersten Spiel. Vielleicht hat er auch irgendwie noch eine Vorlage gemacht. Man weiß es ja nicht. Jetzt braucht er eigentlich keine Tore mehr schießen, weil wir fünf Tore haben. Damit wir keine Verzerrung der Scorerpunkte weiter haben. Ich verstehe nicht, warum der Gegner sich das so lang macht. Also mit Absicht zu lang werden lässt, das Spiel. Ach, jetzt geht es mal los oder was? Ich schieße jetzt keine Tore mehr. Wie gesagt, meine Scorer werden nicht weiter zu ver... Zu ver... Wie heißt es? Verzerren. Aber ja, vielleicht hat Mertens noch eine Vorlage gespielt. Ich weiß nicht. Der hat ja auch ganz einstiegigen Passwert, dadurch, dass er Maestro ist. Also den Champions-Suite-Style Maestro hat. Ja, schauen wir mal, wie er sich dann in den nächsten Spielen so macht. Ansonsten würde ich ihn noch als ZOM testen. Aber leider Gottes, ich weiß nicht mehr, wie sich Werner im ersten Spiel angefühlt hat. Aber gut, Werner hat auch Spiele, wo er gar nicht auffällt. Und er hat jetzt auch keine... Wie gesagt, er hat keine wirklich krassen Abschlusschancen gehabt. Deswegen will ich mir nicht vorwerfen. Und wir gucken erst mal, wo Vorlagen gemacht werden, weil das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass er ein Tor geschossen hat. Das war ein schwieriges Tor, auch wenn der Gegner nicht mehr dabei war. Und Brozovic ist der beste Mann. Tore, Truera, Alessandrini, Brozovic, Mertens. Vorlagen? Er hat keine Vorlage. El-Sharabi hat eine, direkt wieder im ersten Spiel als Glory, sehr gut. Khedira und Brozovic zwei. Ja, dann machen wir die Folge jetzt erst mal ganz schnell zu Ende, weil die schon ultra lang ist. Also bis zum nächsten Mal, A-Paxes. Ja, dann machen wir die Folge jetzt.